Mit unseren bestehenden Führungssystemen haben wir bereits sehr gute Lauf-Eigenschaften. Doch das reicht uns nicht aus, denn nicht umsonst heißt es bei Bloom Perfect in Motion. Dieses Motor war für uns die treibende Kraft, weiterzudenken, etwas Neues zu schaffen und beim Thema Führungssystem einen großen Schritt nach vorne zu machen. Mit Movento wollen wir unseren Kunden eine völlig neue Bewegungsqualität bieten, vom Öffnen bis zum Schließen. Man spürt sofort, wie leicht sich selbst große Auszüge öffnen lassen. Dabei sorgt die Synchronisierung für eine faszinierende Laufqualität, gleichmäßig, ruhig und ganz ohne Übergänge. Für das sanfte und leise Schließen sorgt unsere integrierte Bewegungstechnologie Bloom Motion. Movento bietet auch einen vierdimensionalen Verstellkomfort. Neben der Höhen- und Erneigungsverstellung gibt es jetzt neu eine Seiten- und eine Tiefenverstellung. Auch grifflose Fronten sind mit Movento kein Problem. Entweder mit der mechanischen Öffnungsunterstützung zieht man oder mit Servodrive, der elektrischen Öffnungsunterstützung. Servodrive wird sogar mit Bloom Motion kombiniert, für sanftes und leises Schließen. Dank der hochwertigen Materialien und der rundum präzisen Verarbeitung ist Movento nicht nur ein Musterbeispiel für Bewegungsqualität, sondern auch für Stabilität und Langlebigkeit. Wir haben mit Movento ein Produkt mit neuen Features geschaffen. Ein Produkt, das zeigt, die Evolution der Bewegung geht weiter. Ein Produkt, das zeigt, die Evolution der Bewegung geht weiter.